Insanity, meine Besten, hier ist wo ich mag und ich dachte, ich melde mich einmal kurz mit einer Information an euch. Und zwar hat Bayonetta ja seit längerem gestartet und wir sind immer noch bei Folge 4. Liegt einfach an folgendem, ich bin jetzt aktuell in einem Praktikum, das mich unter der Woche tatsächlich regelmäßig von 5 Uhr morgens bis halb 7 Uhr am Abend dann aus dem Haus hält. Und danach ist man dann irgendwie doch relativ fertig und ich muss relativ zeitig dann eigentlich auch schon fast, wenn ich nach Hause komme, wieder ins Bett und kriege es gerade so hin. Also auch alles andere, was man so machen muss, halt irgendwie zu machen und wenn ich dann Freizeit habe, naja, dann versuche ich halt die sozialen Kontakte zu pflegen, die ich hier habe. Und das kostet dann natürlich auch Zeit, die ich sehr gerne dann so verbringe, sorgt dann in der Konsequenz aber natürlich dafür, dass es mit dem Let's Playen und anderen Hobbys dann doch ein bisschen zurückgehen muss im Moment. Und da muss ich einfach Prioritäten setzen, zumal es bei Bayonetta auch doch wieder zu technischen Schwierigkeiten kam. Das heißt, ich werde die Folge 5, die ich aufgenommen hatte, werde ich wahrscheinlich nochmal neu aufnehmen müssen. Das ist kein Problem, aber das Ganze wird dauern und ich sage es nicht allzu gerne, aber es könnte durchaus sein, dass sich das dann noch bis Ende November hinzieht. Denn am 30. November habe ich offiziell meinen letzten Tag im Praktikum und je nachdem, inwieweit ich dann wieder ins Studium involviert bin und so weiter, habe ich danach dann aber wahrscheinlich doch zwischendurch mal ein bisschen Zeit. Ja, aber wie gesagt, es könnte durchaus sein, ich hoffe es nicht, aber es könnte sein, dass jetzt wirklich noch so gute, ja, so gute zweieinhalb bis drei Monate nichts kommt. Ja, eher so zweieinhalb, ja, nee, es sind eher dreieinhalb Monate, rechne ich gerade. Also ja, es kann sein, dass es sich jetzt wirklich einfach verzögert und dass ihr lange, lange nichts hört, aber ich lebe noch. Ich plane, Bayonetta weiterzumachen, ich plane auch andere Dinge, aber im Moment komme ich einfach nicht dazu. Das nur als Info an euch. Also dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.